Best for Soil – Bodengesundheit, praktische Informationen Ein gesunder Boden ist gut für die Produktivität und qualitativ hochwertige und ertragreiche Erden. Wir sind hier in Swifterbend, wo gerade die Vorbereitungen getroffen werden, um Gründünger zu säen. Eine der Möglichkeiten, den Boden gesund zu machen und zu erhalten. Die Bodengesundheit ist die Fähigkeit des Bodens, mit aufkeimenden Krankheiten und Schädlingen umzugehen und deren Auftreten so niedrig zu halten, dass die Pflanzen keinen Schaden erleiden. Ein gesundes Boden-Ökosystem ist gekennzeichnet durch eine reichhaltige Artenvielfalt, ausreichenden Humusgehalt, Mikroorganismen, Nematoden, Arthropoden und Regenwürmern. Schlüsselmikroorganismen sind Bakterien, Pilze und Protozonen. Sie sind besonders häufig in der Nähe der Pflanzenwurzeln zu finden, wo sie auf vielfältige Weise interagieren. Der Humusgehalt des Bodens ist die Grundlage für produktive Böden. Er ermöglicht mehr Aktivität und Vielfalt des Lebens im Boden, was wiederum Bodenprozesse stimuliert, die zu gesunden Kulturen beitragen. Durch Humus stimulierte Bodenmikroben können pathogene Mikroorganismen unterdrücken, Mineralstoffe freisetzen und die Stabilität der Bodenkrümmel verbessern. Die beste Vorgehensweise zur Erhöhung der organischen Substanz im Boden ist die Zugabe von bereits stabilisiertem organischen Material, wie zum Beispiel Kompost. Viele landwirtschaftliche Praktiken können dem Bodenökosystem helfen, optimal zu funktionieren und die Bodengesundheit aufzubauen. Je mehr Maßnahmen kombiniert werden, desto größer sind die potenziellen Auswirkungen auf die Bodengesundheit. Präventivmaßnahmen, wie zum Beispiel Zwischenfrüchte, fördern ein günstiges Bodenleben, was wiederum zu gesunden Kulturpflanzen beiträgt. Hier ein gutes Beispiel für die Kombination von zwei bewährten Methoden. Zwischenfrüchte und anaerobe Bodenentseuchung, ASD. Zwischenfrüchte wie italienisches Weidelgras können in den Boden eingebracht werden, um zum Beispiel organische Bodenstoffe aufzubauen und die Bodenstruktur zu verbessern. In Kombination mit der anaeroben Bodenentseuchung wird die Bodenumgebung vorübergehend anaerob. Bestimmte Mikroorganismen werden zum Wachstum angeregt und produzieren unter anaeroben Bedingungen Substanzen, die unterdrückend oder toxisch für mehrere bodenbürtige Schädlinge und Krankheiten sind. Auf diese Weise decken sie den Nährstoffkreislauf der Pflanzen ab und bauen organische Bodenstoffe auf, während der Boden durch die ASD-Praxis desinfiziert wird. Die Solarisation ist eine ähnliche Technik. Bei der Solarisation wird der Boden mit einer Kunststofffolie bedeckt, um die Sonneneinstrahlung einzufangen und den Boden so zu erwärmen, dass die Krankheiten und Schädlinge abgetötet werden. Bei der Biosolarisierung wird die Geschwindigkeit des Prozesses durch die Einarbeitung von organischen Zusatzstoffen oder Komposten erhöht. Wenn wir das Ökosystem des Bodens verstehen lernen und wissen, wie sich Praktiken über und unter der Erde auf ihn auswirken, können wir von ihren Funktionen zur Verbesserung der Bodengesundheit profitieren. Untertitelung des ZDF, 2020